Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. So, wir haben Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr und bevor es vorbei ist, wollte ich mir hier nochmal dieses Mohamed Hamaki Musik-Event ansehen. Und da einmal beitreten, denn wenn man dieser Show beibohnt, gibt es ein kostenloses Spray. Das wollte ich dann mal mitnehmen. So, dann werde ich jetzt hier mal starten. Nennt sich Fortnite Soundwave-Reihe. Maximal 16 Spieler und los geht's. Hamaki Musik-Event erhält auch Blitze und Lichter. Wenn du in der Vergangenheit bereits an Lichtempfindlichkeit gelitten hast, kontaktiere einen Arzt, bevor du teilnimmst. Unterbricht die Teilnahme sowieso fort, als du dich unwohl fühlst. Gut, ich starte das mal. Gut, ich bin natürlich ein bisschen zu alt, um noch in Clubs bzw. bei mir hier ist früher Discos zu gehen. Aber ich glaube, ich bin diese Blitzener Laser einigermaßen gewohnt. So, ich bin immer gespannt. Nehmen wir an, das Event startet. Entweder immer pausenlos oder ich kann es jetzt einfach im laufenden, ja, Betrieb joinen. Ne, ich bin das nicht. Oder doch? Naja, Baumodus geht ja gar nicht. Bewegen geht auch nicht. Man sieht ganz gut aus, die Bühne hier. Ich werde dann gleich, sobald die Musik startet, schon... ...pill sein. Schleck den Puzzle. Check your score. Aha. Ah, ein countdown läuft. Oh, cool. Na, hat episch ja gut gemacht, hier mit dem Creator zusammen. Ja, kann ich hier oben zukommen. Perfekt. Dann bleibe ich hier mal stehen. Beziehungsweise, ich gucke, ob ich mich hinsetzen darf. Die Remotes, hier muss ich jetzt mal... ...drehen da, oh Gott. Hier wird nochmal gewarnt. Leute, die empfindlich sind oder Elipsie-Anzeichen zeigen, oder welche hatten, sollten lieber ihren Arzt fragen, bevor sie hier mitspielen dürfen. Ah, über Leinwände. Gut, dann bin ich jetzt mal still. Hallo, ich bin sehr froh, sehr froh, dass ich mit euch heute hier bin. Ich liebe euch Fortnite. Ich liebe euch, wie ihr es, in Scha Allah. Ja Laveena Ich bin der Fall, dass du dich in die Augen schlau mit deinem Leben und ich bin der Fall, wenn du dich in die Augen gehst? Ich bin der Fall, was du? Was du in die Augen? Ich bin der Fall, dass du dich in die Augen schlauert und erlaubst du dich in die Augen schlauert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Musik 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 � Körb علي وخد 3-4 حاجات خد قلبي مني خد عقلي بالسعاد وأنا متذكرتش في كده مهنكان لحكايات الطعام المسلسلات أحساس كده قالوا بيعمل معجزات خلى نجمع واسمع معلومات ده أمر يجنن وامل يقال جان ويدل من زمان تفسك أمبو واللي هثير تبطهنا عشان تفسك أمبو واللي قدي رأتى قد كمان بس ك ним يعني التيلو عمري طيب من بك الح واللي قدي رأتى قد كمان بس ك أمبو ويدل من زمان تفسك أمبو Das war's für heute. Ich habe hier alles in deinem Wissen Ich habe hier gehofft von mir und dann nicht mehr. Ich habe hier nicht geholfen, aber ich habe nicht geholfen. Ich habe hier etwas vorstellt, und ich habe hier nichts für meine Achtung. Ich habe hier geholfen, nicht mehr geholfen. Ich habe hier geholfen, weil ich meine Glambe war. Ich habe hier geholfen, aber ich habe hier geholfen. Ja, das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis und ein Geheimnis, ein Geheimnis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020